Wie, was soll das heißen? Ich muss heute wieder neue Rache des Sub aufnehmen. Ich bin da noch gar nicht mit der alten durch. Oh, äh. Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt es schon im Intro gehört. Rache des Sub steht heute auf dem Plan. Und ich war ein bisschen, naja, nicht schockiert. Ich habe es schon kommen sehen, seien wir mal ehrlich. Aber als ich so im Aufnahmekalender dann gesehen habe, ich habe so einen Kalender, wo ich immer reinschreibe, was für Videos ich dann halt eben an dem Tag rausbringen will. Und als ich da dann eben gesehen habe, puh, Rache des Sub, mein Gott, drei Monate sind schon wieder rum, da dachte ich mir, ja, da gibt es wohl Redebedarf. Und deshalb machen wir das heute. Wir reden heute über meine Rache des Sub im Jahr 2022. Wir ziehen so ein bisschen Resümee und gucken auch mal, wie es mit der Rache des Sub 2023 weitergeht, falls es weitergeht, wie es weitergeht, ob es weitergeht und so weiter. Denn so viel sei gesagt, die Rache des Sub lief dieses Jahr nicht so gut. Wir gehen gleich alle Bücher, die ich im Rahmen der Rache des Sub in die Kamera gehalten habe, 2022 einmal kurz durch. Gucken, ob ich sie gelesen habe oder nicht. Und wenn nicht, warum nicht? Und daraus möchte ich so ein bisschen ableiten, wie ich mit der Rache des Sub in Zukunft umgehen möchte. Denn an sich finde ich, ist das schon ein schönes Format, was aber halt so in dem klassischen Stil, glaube ich, bei mir einfach nicht so richtig funktioniert. Ich habe es ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert. Es gab drei Rache des Sub-Videos plus ein Weihnachtsrache des Sub. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal die Bücher durch, die ich im Rahmen eben dessen in die Kamera gehalten habe. Und ich zeige euch die kurz und sage, ob ich sie gelesen habe. Das erste Buch, das ich damals hochgehalten hatte, war Der Brief für den König von Tonke Dragt. Ein Jugend-Fantasy, naja, eher Jugend-mittelalterlicher Roman aus den 60ern von einer niederländischen Autorin, ist auch in einer Serie adaptiert worden für Netflix. Geht um Juri, der, nee, Turi heißt er, T-Juri, T-Juri, der eigentlich zum Ritter ernannt werden soll, aber in der Nacht vor seiner Prüfung irgendwie in eine sehr wichtige Aufgabe mit hineingezogen wird und sich dann eben auf den Weg macht, einen Brief an einen König zu überbringen. So, und dieses Buch ist echt ganz süß, aber es ist super langsam erzählt. Wirklich sehr, 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 sehr langsam. Und ich meine, klar, das Buch ist auch sehr alt und früher hat man Geschichten einfach noch anders geschrieben. Aber es ist, es war nett, das Buch zu lesen, aber es war jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Und es ist, es ist einfach nicht mehr so zeitgemäß. Es ist einfach nicht mehr das, was ich so sonst gewohnt bin und da musste man sich echt dran gewöhnen. Und ja, war halt ganz nett, aber halt jetzt auch eben, wie gesagt, nicht super Besonderes. Und das kommt dann eben direkt auch dem nächsten Buch, was ich dann damals in diesem Unpacking oder in der Rache des Sub in die Kamera gehalten habe, zu Gute und nicht zu Gute. Und das ist Der Wilde Wald von Tonke Draak. Das ist nämlich die Fortsetzung zu Der Brief für den König. Und ja, das Buch habe ich nicht gelesen. Das war bei der zweiten Rache des Sub. Nee, auch bei der ersten. Bei der ersten Rache des Sub war das dann auch direkt dabei. Genau, das sind jetzt alles noch die von der ersten Rache des Sub. Ja, war dann auch direkt da dabei und ich habe es nicht gelesen. Also ich zeige euch jetzt natürlich hier nur die Bücher, die ich damals, als ich die Rache des Sub gemacht hatte, zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen hatte. Ist ja logisch, wir gehen jetzt nicht alle Anpackings nochmal durch. Also, das habe ich bisher auch nicht gelesen, weil mich eben der Brief für den König nicht so super doll überzeugt hat, aber schon so ein bisschen. Ich habe mich irgendwie noch nicht getraut, es auszusortieren. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, aber an der anderen Seite, wenn ich das halt mal lese, dann habe ich auch die Reihe abgeschlossen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte mir ja auch so Strafen überlegt für die Rache des Sub, um mir die Bücher quasi frei zu kaufen. Weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll war, weil ich das halt einfach die ganze Zeit immer gemacht habe. Weiß ich nicht, ob das so Sinn dann der Challenge ist, aber da reden wir ja gleich nochmal drüber. Also der wilde Wald eben nicht gelesen. Dann die Wolke von Gudrun Pausewang, ein Klassiker der Jugendliteratur in Deutschland. Geht um einen Atomreaktorunfall, der in Deutschland passiert. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Also fand ich wirklich total überholt. Ich verstehe, warum es dieses Buch gibt und ich verstehe auch, warum das ganz viel in Schulen gelesen wurde. Es ist aber meiner Meinung nach auch nicht mehr zeitgemäß. Aber es ist halt relativ dünn und deshalb habe ich es gelesen. Und mein Gott, war auch nicht so schlimm. Dann als nächstes blende ich euch jetzt hier eben kurz ein. Für immer vielleicht von Cecilia A. Hören. Das ist ein Buch, das ich glaube ich gar nicht mehr da habe. Zumindest habe ich es vorhin nicht gefunden. Vielleicht habe ich es aber auch woanders hin geräumt. Das Buch ist so eine Liebesgeschichte. Das spielt nur so in SMS, E-Mails und Briefen zwischen zwei Leuten, die eigentlich jahrelang beste Freunde sind. Und aber halt immer so genau den Moment verpassen, wo sie dann eben zu einem Paar werden könnten. Und es ist wirklich immer so nervig, weil sie wirklich... Es ist so forciert, meiner Meinung nach. Und wirklich so erzwungen. Diese ganze Handlung baut halt eben darauf auf, dass die beiden halt irgendwie es nie schaffen, sich aufzuraffen, um dann ein Paar zu werden. Und da immer wirklich irgendwelche dummen Zufälle passieren. Und es sind mir zu viele Zufälle gewesen. Es war mir zu zu geplant und irgendwie zu willkürlich auch, was da so passiert, als dass ich nicht hätte sagen können, dass es irgendwie noch eine schöne, flüssige Geschichte war. Dementsprechend das habe ich gelesen, aber es hat mir nicht unbedingt gefallen. Und dann das letzte aus der ersten Rache des Sub, Mara und der Feuerbringer von Tommy Krabbeis, der erste Band der Mara-Trilogie. Ist so eine Urban-Fantasy-Geschichte, geht um ein 14-jähriges Mädchen, das so in Deutschland, aber in so die nordisch-germanische Mythologie irgendwie wieder mit reingezogen wird. Fand ich ganz cool. Ich fand, es war so ein Auf und Ab mit dem Buch. Am Anfang fand ich es eher so mittel, dann fand ich es irgendwie schlecht, dann fand ich es echt gut. Und ich könnte mir vorstellen, da irgendwann mal weiterzulesen. Und das ist auch ein Buch, wo ich sage, da war die Rache des Sub echt sehr gut für, weil das hätte ich sonst, glaube ich, nie, nie, nie in die Hand genommen. Genau, also das hätte bestimmt noch ganz, ganz lange gewartet. Deshalb, da hat die Rache des Sub mal wirklich was gebracht, also bei Mara und der Feuerbringer. Und bei dem nächsten Buch, ja, Hold Me Closer, The Tiny Cooper Story, ist das Spin-Off zu Will Grayson, Will Grayson von David Levithan und John Green. Habe ich mal, glaube ich, so an einem Tag irgendwie weggelesen. Ich glaube, im Rahmen eines Lesemarathons, ja, war halt ganz okay. So, war ganz nett, aber auch nichts Weltbewegendes. Hätte ich aber ohne die Rache des Sub wahrscheinlich auch noch ewig auf dem Sub versauern lassen. Ja, mein Gott. So, und dann, ach, nee, das stimmt gar nicht. Das hier war übrigens schon bei der zweiten Rache des Sub. Bei Rache des Sub 2 war das schon drin. Weitere Bücher aus Rache des Sub 2. Garou, ein Schaf-Thriller von Leonie Swan. Habe ich nicht gelesen. Eines der Bücher, wo ich mich dann irgendwie so gar nicht mehr zu motivieren konnte, was jetzt auch schon eben bei der zweiten Rache des Sub ist. Und das hier wäre das vierte Rache des Sub-Video gewesen. Das heißt, das ist jetzt, das war relativ am Anfang des Jahres noch. Das ist ja eine Fortsetzung zu einem Thriller, einem Krimi, würde ich eher sagen, den ich als Jugendlicher, ja, was heißt Jugendlicher, als Kind irgendwann mal gelesen habe, von meiner Mutter ausgeliehen habe im Urlaub, weil ich zu wenig Bücher mit hatte, weil ich dann noch eins von meiner Mutter gelesen habe. Und das fand ich ganz nett. Es ist irgendwie so Schafe, die einen Mordfall lösen. Das war ganz cool. Und irgendwie habe ich mir dann mal diese Fortsetzung bestellt. Irgendwie reizt es mich nicht. Und das ist auch so ein Kandidat, wo ich überlege, ob ich das nicht doch aussortiere, aber vielleicht lese ich es doch nochmal. Ich weiß es nicht. Also das ist echt schwierig. Ihr merkt, ich bin da wirklich ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Dann noch ein Buch, das ich nicht gelesen habe bis jetzt. Das geraubte Leben des Waisen Joon Do von Adam Johnson geht um einen nordkoreanischen Waisenjungen, der irgendwie halt eben versucht, in Nordkorea Fuß zu fassen oder halt da irgendwie zu überleben. Ich wollte das Buch in einem Buddyread lesen. Das ist aber einfach nicht zustande gekommen, weil das Buch wirklich sehr anspruchsvoll ist, glaube ich, und auch sehr dick. Also, was heißt sehr dick, aber es hat 700 Seiten. Und ich finde da einfach die Zeit für nicht. Ich finde nicht Zeit für ein anspruchsvolles 700 Seiten Buddyread für ein Buch, auf das ich nur so mittelmäßig Lust habe. Das ist einfach irgendwie, dann nehme ich mir dann auch die Zeit nicht für. Einfach, weil ich andere Bücher habe, die ich dann vielleicht auch in Buddyreads lese oder die ich einfach generell alleine lese, auf die ich einfach mehr Bock habe. Und deshalb ist das Geraubte Leben des Waisenjundow ein Buch, was ich wirklich sehr, 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 sehr gerne lesen möchte, aber einfach der richtige Moment dafür noch nicht gekommen ist. Und deshalb bleibt das auf jeden Fall auch da, genauso wie das nächste Buch. Und das ist Die Säule der Erde von Ken Follett. Als ich das damals, vor ein paar Monaten, bei der Rache des Sub gesehen hatte, war ich wirklich, ja, ich war mir bewusst, was da auf mich zukommt. Denn Die Säule der Erde hat, sage und schreibe, 1150 Seiten, ist ein historischer Roman, ist sehr, sehr klein geschrieben, ist auch schon was älter. Ich glaube, der brauche ich ewig für. Ewig. Und ich habe einfach da dieses Jahr nicht die Muße für gehabt. Das ist locker ein Buch, wofür ich so ein, anderthalb Monate bestimmt einplanen müsste, weil ich dann wahrscheinlich, weil das Buch auch so lange dauert, auch noch andere Bücher parallel lese. Nee. Ich will das Buch unbedingt mal lesen. Ich möchte es wirklich unbedingt mal lesen. Ich hatte dann aber auch immer so gedacht, ich habe noch zwei andere Bücher von Ken Follett. Hier die beiden Fortsetzungen zu Sturz der Titanen. Das ist hier die Jahrhunderttrinogie. Da habe ich den Band 2 und Band 3 auch noch da und auch noch nicht gelesen. Und da habe ich gedacht, eigentlich müsste ich die zuerst lesen, bevor ich halt eben die Säulen der Erde lese, weil die Säulen der Erde ja mittlerweile auch noch Fortsetzungen hat und dann hätte ich damit quasi eine andere Reihe von Ken Follett wieder angefangen. Das Ding ist aber, dass, oh Gott, wie heißen die denn? Ich glaube, der zweite heißt, ja genau, der zweite von der Jahrhunderttrilogie heißt Winter der Welt und der dritte heißt Kinder der Freiheit und der zweite spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und der dritte spielt zur Zeit des Kalten Kriegs. Und das sind beides keine Themen, die mich so unfassbar interessieren. Also der erste Band hatte damals zur Zeit des Ersten Weltkriegs oder kurz davor und ein bisschen danach dann gespielt. Und das fand ich sehr spannend, weil das einfach eine Zeit ist, über die ich generell sehr wenig wusste oder auch immer noch nicht so viel weiß. Aber ich habe so viele Bücher schon gelesen, die irgendwie in und um den Zweiten Weltkrieg herumspielen. Das ist ein Thema, was ja, es ist ja auch richtig und wichtig, das will ich ja auch wirklich hier gar nicht irgendwie sagen. Aber es ist einfach ein Thema, was immer wieder kommt und was immer irgendwie präsent ist. Und dann da schon wieder das 25. Buch zuzulesen, da habe ich einfach nicht so die Muße für. Und dann der Kalte Krieg ist eine Sache, wo ich jetzt auch nicht unbedingt so Lust drauf habe, da ein Buch drüber zu lesen, also ein fiktionales Buch. Deshalb die beiden Bücher, die ich dann immer vorgeschoben habe, bevor ich das hier lesen sollte und bla bla bla. Alles so ein bisschen schwierig und Quintessenz ist. Die Säulen der Erde möchte ich unbedingt mal lesen. Wird nicht aussortiert, aber habe ich halt eben noch nicht. Dann ist das jetzt, ja genau, dann kommt der nächste, der dritte, das dritte Rache des Sub-Video, was auch das angenehmste war, weil nur zwei Bücher dann auf meiner Liste gewandert sind. Und das ist einmal Die Elfen von Bernhard Hennen. Habe ich auch nicht gelesen. Habe ich auch nicht gelesen. Einfach, weil ich so viele Challenges auch dieses Jahr noch hatte, die ich so nebenbei noch gelaufen sind und ich wirklich auch nicht mehr so viel zum Lesen komme wie noch vor ein paar Jahren. Das ist einfach zu krass. Das ist einfach zu krass. Habe ich nicht geschafft. Und habe ich Lust drauf, möchte ich auch lesen. Habe ich aber nicht. Und genauso Tintentod von Cornelia Funke. Das Buch müsste ich sogar nur beenden. Da ist aber der Punkt, und ich habe das mal als Hörbuch gehört und habe es aber nie zu Ende gehört. Und ich weiß aber nicht mehr, bis wohin ich gehört habe, weil ich mir das im Buch nicht markiert habe. Das heißt, ich müsste erst mal sehr lange herausfinden, also es würde sehr lange dauern, oder zumindest mindestens mal eine halbe Stunde oder so, herauszufinden, bis wohin ich damals gehört hatte, und dann von da aus weiterlesen zu können. Habe ich auch noch nicht die Muße für gehabt. Möchte ich aber auch auf jeden Fall beenden, aber ja, nicht passiert. So, und dann gab es noch das Weihnachtsrache-Desub-Video, wo ich mir meine Weihnachtsgeschenke von vor zwei Jahren angeguckt hatte und gesagt habe, ich möchte die Bücher von denen, die ich noch nicht gelesen habe, bis Weihnachten lesen. Und das hier ist jetzt auch quasi das Update dazu. Das habe ich beides geschafft. Das waren zwei Bücher, und zwar ist es einmal Spieglein, Spieglein von Jen Calonita, Disney Twisted Tale. Hat mir sehr gut gefallen. Es war so, es ist ein bisschen trashy gewesen. Es ist die Schneewittchen-Geschichte etwas moderner erzählt. Ein bisschen trashy, aber war irgendwie lustig. Habe ich so in einem Rutsch, in einem Rutsch weggelesen. Fand ich sehr, sehr gut. Und dann das andere Buch, von dem ihr auch noch nichts in den Monatsrückblick gehört habt, weil der erst nächste Woche online kommt, habe ich jetzt im November gelesen. Neil Stevenson und Nicole Galland, Der Aufstieg und Fall des Dodo. Fand ich auch sehr, sehr gut. Geht um Zeitreise und Magie. Und ja, also ich fand es richtig toll. Möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht so viel zu erzählen, weil, wie gesagt, nächste Woche eben der Monatsrückblick dazu online kommt. Ja, so. Und wenn wir dann also mal Resümee ziehen von, ich zähle mal kurz eben durch. Also, von 13 Büchern, die mir dieses Jahr im Laufe der Rache des Sub begegnet sind, habe ich sieben gelesen und sechs dementsprechend nicht. Das ist über die Hälfte, ist für eine Challenge, wo ja aber eigentlich vorgesehen ist, alle zu lesen, glaube ich, zu wenig. Und deshalb muss da was passieren. Ich glaube, die sinnvollste Variante ist es erstmal, vielleicht die Rache des Sub ein bisschen zu pausieren und erstmal aufzuholen. Oder die andere Variante wäre, ich mache die Rache des Sub weiter, setze mir aber vielleicht einfach höhere, wie heißt das, höhere, längere Zeitlimits. Denn an sich gefällt mir das schon sehr gut, so das mit der Rache des Sub, weil gerade da einige Bücher dabei sind oder gewesen sind, wo ich dann dachte, boah, da, die müsste ich ja wirklich auch mal lesen, die ich dann auch einfach vergessen habe, denn mein Sub ist sehr hoch, das ist mir bewusst. Ich habe über 200 Bücher auf meinem Sub und natürlich verliert man da mal den Überblick. Das ist logisch und deshalb sind solche Videos wie die Rache des Sub halt eben sehr gut, um mir das nochmal wieder vor Augen zu führen, wie ich, ja, was ich so noch da habe. Zum Beispiel Dodo und Spieglein Spieglein, das sind wirklich so die besten Bücher, die, oder die, wo ich am meisten Spaß mit hatte, die jetzt aus der Rache des Sub rauskamen. Einfach, weil ich die beiden halt auch wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte und jetzt aber trotzdem so viel Spaß damit hatte. sind aber auch die Bücher, die am spätesten, spätesten? Naja, die als letztes bei mir eingezogen sind, weil das eben vor zwei Jahren war und ich glaube, diese ganzen Rebuy Unpackings, na, wobei, das ist ja jetzt, doch, das war vor zwei Jahren die Weihnachtsgeschenke und die ganzen Rebuy Unpackings, das ist ja jetzt über drei Jahre her. Dementsprechend, äh, ja, ist es auch einfach mein Lesegeschmack, der sich seitdem verändert hat und ich habe auch in den letzten Jahren viel bewusster Bücher gekauft, als halt eben noch davor. Ja, ich weiß nicht so richtig, ich habe, äh, nicht so eine richtige Quintessenz, was ich damit mache. Ähm, ich werde auf jeden Fall probieren, die Bücher, die jetzt noch auf der Rache des Sub liegen, ähm, zu lesen und dann gebe ich euch, äh, gibt es wahrscheinlich irgendwann dann vielleicht im März rum oder so nochmal ein Rache des Sub Video, einfach um nochmal vielleicht ein kleines Update zu geben, zu gucken, wie machen wir mit der Challenge weiter. Schreibt mir bitte auch eure Anregungen und Ideen dafür in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch eine andere Challenge, vielleicht eine andere Art, äh, von Videoidee, wie ich eben mir meine älteren Sub Bücher ein bisschen wieder ins Gedächtnis holen kann, ohne dass ich mir eben diese Verpflichtung mit jetzt musst du sie auch lesen mache. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, mal gucken. Ich habe mir generell erstmal einen kompletten Kaufstopp für nächstes Jahr auferlegt. Ich werde versuchen, mir keine Bücher zu kaufen, keine so inkursiv. Ob keine dann wirklich Null bedeutet, weiß ich nicht. Aber ich habe mir jetzt dieses Jahr auch nicht so viele gekauft. Kommen wir vielleicht nochmal in meinem Statistiken-Video drauf zurück. Aber nächstes Jahr ist eher der Plan, wenn ich neue Bücher bekomme, dann eher halt, dass mir, also ich kriege immer mal wieder Bücher geschenkt, ich habe ja auch Geburtstag und so und es wird Weihnachten und da kriege ich immer mal wieder geschenkt, also dass darüber so die einzigen neuen Bücher vielleicht nächstes Jahr reinkommen, weil mich mein Sub langsam echt ein bisschen fertig macht. Naja gut, das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Hier ging es jetzt um die Rache des Sub. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Überblick über meine Rache des Sub, über meine Probleme, die ich so damit habe, bekommen. Ich bin sehr gespannt auf eure Anregungen. An sich ist es eine Challenge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe es sehr geliebt, diese Videos dazu zu drehen. Ich habe wirklich da immer super viel Spaß mit gehabt und es ist auch echt schön, einfach diese Videos nochmal so vorgespielt zu bekommen, diese Bücher nochmal so, ja, die Videos vorgespielt zu bekommen und die Bücher nochmal so gezeigt zu bekommen. Ist irgendwie alles sehr nett und deshalb ist es eigentlich ein cooles Format. Mal gucken, wie wir das so weiterführen. So, das war es jetzt von mir hier an dieser Stelle. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen und ich sage, bis dahin! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Comoicks! Tschüss! Tif!